Nun mal sehen, ob wir den Weg nach draußen auch finden werden. Messer. Ach, ich kann die Dinge abschneiden. Gut. Noch mehr davon? Yes. Oh, sehr viele. Komm schon. Schieß, wirf. Auch dich. Noch mehr. Ich glaub, das dürften sie alle gewesen sein. Nein! Fuck, 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 fuck. Was? Was? Oh, da geht's höher. Geil, es britzelt schon. Okay, ich bin tot. Ich bin tot, Leute, ich bin tot. Ähm. Wo zur Hölle war der Scheiß? Mann! Also langsam sieht's echt schlecht aus mit mir. Ich glaub, ich verkack das Game noch sowas von. Nein, ich will das nicht nochmal sehen. Nein! So, jetzt. Beeilung. Ach, da unten. Da unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell. War klar, dass ich wieder so einen Scheißdreck übersehe hier. Diesmal nicht, Baby. Wo kommst du als erstes dran? Hä, aber den hatte ich doch. Bin ich mir ganz sicher. Am besten einfach mal so viele wie möglich. So ist das Wasser. Britzelt es? Es britzelt nicht. Oh, ich kann echt gefahrlos jetzt rein. Meine Fresse. Das ist eine Wohltat. Ich möchte so gern hoch hinaus. Oh oh. Oh oh. Sag mir jetzt bitte nicht, dass es jetzt noch schneller geht. Oh oh. Spring. Toll. Ähm. Irgendwo war noch eins, oder? Ja, da vorne. Wenn ich dich genutzt habe, bin ich wenigstens schon mal sicher vor... ...vorm Britzeln. Bist du weg? Ja, gut. So. Äh. Cool. Und jetzt? Jetzt muss ich sterben, oder was? Oh oh. Scheiße. 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 Geh kaputt. Oh. Britzelt es? Britzelt es? Nicht. Jetzt bin ich tot. Schön. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Wow. Was bist du? Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Moment. Wie kann ich ihn überhaupt noch aufmachen, wenn ich unter Wasser bin? Egal. Das muss funktionieren. Komm schon. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Aber es ist gar keine Tür. Klar. Äh. Klar. Das Wasser bleibt stehen. Kaum, dass ich... Äh. Kaum, dass ich angekommen bin. Logik. Hallo. Ach, verdammt. Welches Spiel würde denn noch Spaß machen, wenn es logisch wäre? Hey, dich kenne ich doch. Hallo. Hallo. Geht auf mein Sto. Wow. Wow. Was war das? Mach das nochmal. Loll. Wie geil. Ist der Hammer. Oh, Geld. Geld. Ah. Er hat auch schon den gleichen Blick in den Augen wie ich. Hier bin ich, du grüßige Bastard. Oh, ja. Hm, das tut gut. Wer will ein Millionär sein? Ich. Ich, 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 ich. Ist denn das wieder 100? Yeah. Geht es eigentlich da unten überhaupt noch weiter? Also, ich glaube, das ist sowieso der einzige Weg, den es da gibt. Oh, oh. Ist wieder das nächste Gebiet? Bin doch gerade erst in ein anderes Gebiet reingekommen. Ach, bin ich schon wieder hier. Ach, darf ich jetzt endlich nach oben? Ah. Jetzt bringt mir der Amboss was. Ach, lol. Ich hätte erst jetzt da hochgehen dürfen. Ups. Da war ich ein bisschen zu früh dran. Egal. 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 Wem kümmert's? Mich nicht. Habt ihr, ich krieg meine Bienen noch. Aber wo? Wow. Ey, du Arsch. Gesicht. Verpiss dich, Junge. Ey, das ist doch nicht fair. Das ist nicht fair. Geil. Und schon wieder tot. Dann sag mir doch mal bitte, wie ich den Scheiß direkt da abknallen soll. Wie viele Leben habe ich noch? Geil. Eins. Ich glaube, ich störe mich echt verdammt blöd. Mach die Scheiße ganz weg. Ich störe mich echt verdammt blöd bei dem Spiel an, glaube ich. Können wir ruhig zugeben. Oder ich habe einfach extrem viel Pech. Oder beides zusammen. So, was mache ich jetzt mit diesem Scheiß-Ding, ey? Ich weiß es nicht. Wo ist es? Da ist es. Hä? Was mache ich da? Oh. Jetzt dachte ich, jetzt geht's. Am besten warten. Jetzt. Hey, es funktioniert. Ich bin doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Obwohl, nee. Schein kann trügen. Und nicht noch eine. Mach schon. Und hoch mit uns. Aber bitte schnell. Ey, weh. Da kommt jetzt noch eine. Ich sag's dir. Weh. Hä? Bitte nicht. Wehe dich an. Oh. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt stillstand. Hallo. So. Und. Ambus. Aber diesmal. Funktioniert's auch. Ja, 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 ein Leben. Und da gibt's doch Geld. Da gibt's Geld. Aber meine Bienen sind da nicht, oder? Ich will doch nur... Kann ich da nochmal drauf? Ich will auch nur meine Bienen haben. Ich weiß, irgendwas gibt's dafür. Irgendwas muss es geben. Aber diese scheiß Bienen. Scheiß. Lästigen Bienen. Ich krieg euch noch. Ich krieg euch. Hä? Irgendwie ist die Quest gar nicht mehr offen. Okay, ich glaub, das lohnt sich nicht. Ich glaub, ich sollte einfach noch ganz normal da runter gehen. Aber wieso geht die Quest nicht mehr? Oh, bitte nicht nochmal von vorne. Oh, nee. Sollts nicht dein Ernst... Kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt geh ich erstmal unten rein. Aber wenn... Ist er überhaupt noch da? Lebt der noch? Er lebt noch. Ich geh erstmal unten rein und guck, was da ist. Und dann wird entschieden, ob ich den Scheiß noch... Oh, 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 oh. Ich hab Angst. Alter Falter. Ist ja krank. Aber da ist Geld. Was tut man... Au! Was tut man nicht alles für Geld? Ja, komm her. Jam, 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 jam. Wir werden ja richtig reich hier. Was bin ich klug scheiß, ist egal. So, gibt's ja noch irgendwas anderes Interessantes? Vielleicht... Kitzelbein? Ach komm, mach doch den dritten Schlag! Dämlicher Vollidiot. Ja. Dämlicher Vollidiot. Dann reiß ich mir persönlich den Kopf ab und spiel Fußball damit. Ich sag's euch! Ich will mit dir reden. Hallo. Reden? Du Hong, ich will mit dir reden! Oh, sag bloß, ich muss die ganze Quest nochmal von vorne anfangen. Och, komm! Hi, Süße! Tatsächlich. Aber da ich den Scheiß nicht nochmal sehen will... Ich will den Scheiß nicht nochmal sehen. Och, komm schon! Die ist so geil. Ich glaub, die steht auf mich. So, jetzt wissen wir wenigstens alle fünf Standorte von den Kitzelbienen. Und nein, ich muss den Scheiß nicht nochmal anschauen. Och, Mann. Hehehehe. So geil. Ich hab genau das Richtige für euch. Oh, 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 oh. Nicht gut. Aber diesmal wirklich alle einzeln. Tut, was ihr am besten könnt. Ich weiß, dass es funktioniert. Hm, wo können sie sein? Ah, wenigstens ist da vorne das fünfte. Die fünften Paar Kitzelbienen. Diesmal wirst du entblößt. Boah, ho, 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 ho. Eigentlich verdammt pervers, aber egal. Was tut man nicht alles für sein Geld? Oh, ne, ich muss da auch... Ja, ich muss da wieder hoch, ey. Oh, toll. Also eigentlich dachte ich, du müsstest so einen klitzekleinen Sprung auch aushalten, also... Nun ja. Wohl doch nicht. Ich hab immer noch Angst vor denen. Große Angst. Okay, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Keine Panik. Keine Panik. Wer schiebt die Panik? Nein, echt nicht! Oh, und dann noch ganz gechillt auf das Dach und dann habe ich's endlich. Ich dachte schon, ich würde das nie schaffen. Bitte sehr. Gleich habe ich sie da, wo ich sie haben will. Hm, nein, das muss anders heißen. Gleich habe ich sie da, wo sie mich haben will. Wow. Sie will es doch auch. Guckt sie euch an. Ich hab sie in ihren Augen gesehen. Also in ihrem zweiten paar Augen. Jetzt. Mach. Schnell. Ich will, dass es aufhört. Sofort. Oh, jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Komm schon. Gebt's ihr. Oh, lala. Oh, ist das heftig. Oh, ist das heftig. So, jetzt hat er sie ordentlich besorgt. Nicht dein Ernst, oder? So, lass dich ernsthaft draufhüpfen, oder? Oh, wie geil ist das denn? Ist auch mal eine neue Art, Tippen zu benutzen. Gefällt mir. Und wir haben nochmal Geld bekommen. Ausgezeichnet, Traumhaus, ich komme. Traumhaus, ich komme. Irgendwie sind wir hier fertig, oder? Oh, nee. Gibt's da noch irgendwo Kohle? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ich bete. Auch, wenn ich nicht daran glaube. Oh Gott, jetzt muss ich da erstmal wieder hochlaufen. Na, super. Oh, hilft nix. Sind die nicht mehr da? Lol. Ach, klasse. Ich hatte mich schon gefreut. Achso, die kommen nur raus, wenn man nah genug dran ist. So, 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 so. Jetzt komm schon, ich habe jetzt 500 Dollar, oder? Wenn dir das nicht reicht. Das gibt's doch nicht! Nicht dein Ernst. Alter, was will er so viel Kohle haben? Drinnen muss er ein Mörderschatz sein, ey. Wahnsinn. Aber egal, mal ein Viertel davon. So, dann heißt es wohl, ab in die nächste Welt, Gebiet, bla, keine Ahnung. Kann ich da drüber balancieren? Na, was bringt's mir überhaupt? Im Moment wahrscheinlich noch gar nix. Aber wenn es schon mal gerade so perfekt kommt, äh... Bevor wir in die nächste Welt uns hineinwagen, bevor wir uns in die nächste Welt hineinwagen, so... ...sage ich erst einmal... ...schille, Leute. Man sieht sich im nächsten Part. Wir schaffen jetzt eine ganze Zeit. ...schille, Leute.